Der Turm ist weg. Oh, hier ist noch mal ein Minispiel. Alter, die Stadt ist insane. Du willst mich rufen? Du willst mich rufen? Du willst mich rufen? Wir sind in der richtigen Linie zuerst. Das ist jetzt sicher GTA-Race. Ich dachte, das war nur ein Rass. Ich glaube, es wird ein Explosives sein. Oh, Mann. Bleib auf, Moni. Ich werde nicht explodieren. Oh, was? Alter, der ist einfach da hoch. Verdammt, verdammt. Oh, okay. Ich werde gleich blöd sein. Hä, was? Wieso sollten wir nicht explodieren? Das habe ich nicht. Das wurde mir nie erklärt. Oh, das habe ich noch nie gesehen. Oh, da habe ich es noch nie gesehen. Wuh! Waaah! Ah, darum möchte ich es lieben. Das ist wahrscheinlich immer die Gewisse hier. Ja. Warum? Wenn du den gleichen Stehen kannst du auch abbrechen. Aber... Kann man es abbrechen? Ich glaube nicht genau. Du musst den Timer auslaufen. Shit. Mach ich doch einfach. Der W ist mein. Was? Oh, hier kommt ein Stagger. Close one. Okay. Ich glaube es ist jetzt ziemlich die ganze Stadt zu sehen. Jetzt haben wir alle Minigames zu sehen. Nervforscht. Was meinst du? Probably is. Aber ich wüsste nicht wo. Die Glocke habe ich schon überall gesehen. Ja, stimmt. Vielleicht brauchen wir die später.